Um aus den zwei Geldscheinen ein vierblättriges Kleeblatt zusammenzusetzen, nimmst du dir den einen so herum in die Hand. Den zweiten Schein nimmst du hochformatig in die Hand. Dann klappst du vom ersten eine Herzspitze so nach oben und steckst in diesen Zwischenraum den zweiten Euro-Schein so hinein. Das gleiche wiederholst du auch auf der anderen Seite und dann hast du aus zwei Euro-Geldscheinen ein schönes vierblättriges Kleeblatt gefaltet. Herzlichen Glückwunsch! Wenn du an mehr Geldgeschenkideen und Origami-Anleitungen interessiert bist, dann abonniere gerne gratis meinen Kanal. Ciao!